Yo Freunde, wir sind hier wieder mitten im Krieg und äh, alle 5 mit Heroes and Generals. Ja und da vorne rennen sie schon und wir sehen uns auch diesmal alle, also ich seh euch zumindest. Ich seh euch auch alle. Ich seh auch einen anderen, komischerweise. Ja, ich seh auch einen anderen. Das mit den Squats funktioniert noch nicht so richtig. Bei mir sind alle richtig. Ah ne, doch, ein anderer, ja. Aber ich seh euch alle auf jeden Fall. Egal, wir holen uns jetzt erstmal schnell A. Seht ihr auch den Trogatinho? Ja, wird hier einfach nur ein, aber die kommen jetzt sicherlich auch gleich hier von irgendeiner Seite. Aber Squats haben normal auch 6 Leute. Scoutet mal hier auf jeden Fall alles ein bisschen. Irgendwo hier sind sie nämlich. Ich bin hier hinterm Baumstamm in Deckung. Okay. Wir holen sich aber echt, so wie es aussieht, erstmal B und C. Ja, haben sie schon. Okay, wollen wir zu B als nächstes? Ne, lass nur hier halten, oder? Einfach. Ja, würde ich auch sagen. Okay, bleiben wir mal hier. Einfach mal ein bisschen campen. Die anderen machen das. Genau, das ist nämlich unser neuer Plan jetzt, dass wir einen Punkt auf jeden Fall immer sicher haben. Zumindest mal für heute. Genau, mal ein bisschen. Kann man ja mal so ausprobieren. Außerdem kann man dann ein bisschen zusammenspielen nämlich. Bisschen strategischer heute. Tommi schießt da vorne. Ich guck mal, auf was er schießt. Ja, ich erledige ein paar. Ganz easy, ne? Ja, ich hab einen erledigt. Boah, da vorne ist einer down gemacht worden. Ja, das war ich. Tot. Ne, einer von uns war das. Der Flo ist... Der ist irgendwo weg. Ganz da hinten. Hey. Flo! Ich spotte hier. Flo, ich muss dich retten. Flo! Ne, ich spotte voll hier ein bisschen und zünde den Wald an. Das ist gefährlich, glaube ich, da, wo du bist. Oh ja, sehr gefährlich. Sniper am Start. Also ich bin hier ziemlich safe auf A. Hi, Flo! Was geht denn bei dir hier? Boah, da hinten. Da unten ist alles voller Gegner bei B. Ja. Boah, da hat mir einer einen Headshot gegeben von da unten. Alter. Weißt du, so, heute die Taktik, wir halten A und dann so alle verpissen sich nach 30 Sekunden. Oder so. Ja, B wird nicht so verlockend nah. Ja. Ich halte ja A quasi noch mit, indem ich die Leute bei B unten töte. Ich komme mit dem Fahrrad zurück zu A. Boah, die kommen auch gleich hoch. Ja, die sind hier, die sind hier. Die kommen jetzt alle hoch. Ich habe einen erledigt auf A. Ich auch. Das hat er nicht erwartet. Das ist hier immer noch Campe bei A. Sind bei A viele oder war da nur einer? Das war nur einer. Wir sind auch wieder bei A. Aber ich werde so viele Schüttungen aus einer Richtung, ey. Da liegt einer, da liegt einer. Ich sehe. Boah, wir klappen da den Fahrrad. Ja, boah, Kopfschuss. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich glaube, da ist so gar nicht mehr so einer. Das ist ein richtiger Schützenfest. Ich wette, die nehmen wir. Oh, da ist einer. Ja, ich weiß. Direkt nehmen wir uns. Ja, ich habe ihn ja. Und, ähm, Dings. Ähm. Oh, ich nehme jetzt die Waffe. Der hat eine Maschinenpistole. Wie geil. Da dürfte kaum noch einer sein da unten. Ja, da dürfte echt keiner mehr sein. Komm, wir gehen. Jungs. Ich schmeiße nochmal eine Granate vor. Ey, auf den Tommi und mich jetzt wahrscheinlich. Ja, fast. Tommi. Ey, wirklich. Ey, unfassbar. Okay, auf zu C rein. Ey, bei B rein. Ich bin bei B drin. Alter, die wird geschossen wie die Sau. Ich wette, die nehmen sich jetzt direkt A. Die Schweine. Unser A. Ja. Unser geliebtes A. Ey. Was machen die? Ich habe einen im Haus erledigt. Oh Gott. Boah, Granate. Ja, der hat eine runtergemacht. Scheiße, mich hat der hier nicht. Oh Mann. Au. Ja, die kommen jetzt von oben den Berg runter und machen jetzt das gleiche, was wir eben mit denen gemacht haben. Nice. Die miesen Schweine. Ich falle ihnen in den Rücken. Richtig viele sind hier oben. Ich falle ihnen an so einer Mauer. Lass mich da weg, ey. Ich habe jetzt eine Machine Gun. Ah ja. Einen habe ich. Aber A haben wir noch. Einen habe ich. Einen habe ich. Einen zu einer C. Auf geht's. Ja, Tommy, du bist nicht weit weg von mir. Ich stürme. Warte, einer will sich hier A graben, glaube ich. Boah. Was, A? Ey, machen kaputt. Ich sag's dir. Machen einfach kaputt. Der kriegt A nicht. A ist uns. Ich weiß nicht, ob da einer S ist. Ey, wir sind hier in der Auge. Mich hat ein Scharfschütze im Visier. Ich kann hier nicht weg. Sobald ich weggehe, weil hat der Auge. Ich hab mal, ey, ladies, mit einem eiskalten Kopfschuss. Der oben auf dem Bergwacht. Boah, sie kommen mit dem Auto. Ja. Alter. Wir sind sehr gut. Oh, nein. Wie mies ist denn das? Zu zweit auf einen. Mit dem Auto. Haben wir A noch, ja. Ja, A haben wir noch. Wir schießen hier. Wir schießen hier so krass. Gut aus bei A. Wow. Ey, du machst mich älter. Der eine Kerl, der hat mich so erschreckt. A, kommen Sie jetzt. Ach, verdammt. Okay, da komme ich schnell hin. Einer will rushen hier. Ja, ich sehe ihn auch. Aber ich habe ihn erledigt. Ist tot. Okay, sehr gut. Dann wieder zu C. Vorne läuft der Flo zum Tommy. Alles am abchecken hier. Ah, ist clear soweit. Boah, ich glaube, es kommen gleich mehrere hier. Oh Gott, da vorne im Auto. Alter, der hat hier eine schwere Artillerie. Ja. Ist weg. Nice. Tommy, die haben mich im Visier. Ich kann nicht hinter dem Baum weg. Siehst du mich? Nee. Ich hole mir mal das Fahrzeug. Das sieht sehr gut aus, ey. Ich glaube, ich hole mir mal das Auto. Ich bin ein Stück hinter dir. Fuck, ich kann mir das Auto nicht holen. Da kommen die Nächsten. Boah, mich haben sie ja immer schon. Scheiße. Boah, auf Entfernung ist echt hart mit dem Maschinengewehr. Wo ist der hin? Komm schnell zur A, bitte. Ich brauche hier Unterstützung. Ja, ich komme zurück. Wir sind hier unter Feuer. Boah, jetzt hat er mich. Nein, von hinten auch. So ein Mist. Das erste Mal diesmal, ey. Ach, da war noch einer. Voll lange überlebt. Okay, jetzt kommt er. Tommy auch gerade gerespawned. Ich jetzt auch. Ich renne gerade auf dem Weg wieder zu A. Alle wieder am Start. So, und das Fahrrad hier auch. Ich will mitfahren. Warte auf mich. Ja, na klar. Achtung, der andere kommt. Yes, sehr gut. Verzieh dich. Klingeln wir ein bisschen. Klingeln, klingeln wir mal. Yeah. Ah, die Fahrradgang. Ey, wie geil. Da vorne ist einer. Boah, aber siehst du das, Erik? Enemy spotted. Mal A ist auch einer. Achtung. Unser Guy hier ist tot. Ja, und wieso fährst du dann noch so krass lang? Oh Gott, die wohnen sich grad B. Die wohnen sich grad B. Oh Gott. Die wohnen sich grad B. Ich bin tot. Jetzt ist B. Ich hab ihn erledigt. Ja, aber ich bin tot. Das war zu spät. Ja, direkt sagt, ich saß noch mit meinen beiden so ganz gemütlich auf dem Fahrrad. Ja, warum bist du nicht abgestiegen? Du hättest mal was sagen müssen, wenn du absteigst. Ach so. Du musst mal sagen, okay, absteigen. Ich dachte, das war klar, dass wir uns hinter den Steinen verschanzen. Ja. Ja, okay, ich geb's zu. Ich war ein bisschen undurchsichtig. Holt euch mal B oder C wieder zurück. Ja, wir gehen jetzt zu B von A aus. Ich geh zu C. Ich bin quasi schon da. Hier ist niemand. Das ist aber seltsam. Ja, dann nimm's dir. Das heißt, die sind alle bei B bestimmt. Nee, wir sind alle bei C oben im Wald. Ja, und ich bin bei C alleine. Ich nehm's ein. Ja, ich seh's. Von denen sind hier... Oh, da kommen einige. Der da hinten im Wald ist richtig nervös alles, Tobi. Vielleicht gewinnen wir heute mal. Oh, zweimal erwischt den Drecksack, ey. Und nicht tot. Was ein Drecksack. Schießt sie hier gleich... Oh, da hab ich wieder ein Fahrrad. Richtig gut. Wir haben hier B. Wir haben gleich alles. Wir sind bei B hart am Campen. Was? Oh, wie sieht's aus? Oh, bei B campen sie so hart. Das sind echt alle von denen, glaub ich. Bringt ihnen gar nix, Mann. Wir haben jetzt C. Oh nein, da kommt jemand, oder? Einen hab ich vom Auto runter. Alter, bei A. Scheiße. Nein, die haben sich zu A gesneakt. Bei A ist jemand. Ich hab ihn erwischt. Sehr gut. Oh, da hat er mich auch. Oder? Nein! Sie haben mich. Sie holen sich A. Scharfschütze. Ja, wir müssen schnell, oh, schnell zu A. Ganz schnell. Ich glaub aber, da ist nur einer oder so. Das geht ziemlich langsam weg. Ja, da ist nur einer, aber der muss weg. Und C holen sie sich auf. Ah ja, sie holen sich alles jetzt. Das ist gar nicht cool. Gar nicht cool, Mann. Wir standen so gut da. Jo, ich hab den bei A. Also A zumindest. Gut, dann direkt A wiederholen. Oh, A. Einer ist noch da bei A. Ist tot. Wo bleibt das Fahrrad? Lass es holen. Wir müssen uns ganz schnell A holen sofort hier. Zack. Oh, da irgendwo ist noch einer, Tommi. Na, dann lauf ich halt da hoch. Bringt da nix. Nice. Sehr schön. Okay. A holt ihr euch gerade. Sehr schön. Dann geh ich wieder zu B. Ah, das mit C war ärgerlich. Wir hätten noch ein, zwei Leute mehr da hinten gebraucht. Haben wir hier eiskalt drei Leute ausgeschaltet auf A. Ich hab gleich B wieder. Hier wird überall geschossen. Ich hab einen. Da kommt einer. Ja, A ist so gut wie uns. Zwei kommen da. Okay, A hat. Haben wir. Ah, wie hat der mich denn gekriegt? Das ging aber schnell. Lois, ich bin hinter dir. Innen im Ball sind zwei. Wir gehen jetzt vor, oder, Tommi? Wir gehen vor. Oh, was ist mit B? Bin bei B. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier ist, hier ist einer mehr. Von dem da. Ah, okay. Unten kommen zwei, siehst du. Bei B rennen richtig viele gerade rein. Drei Stück unten. Und schießen auf uns. Übel. Übel. Haben aber alle mich im Visier. Ihr könnt reinrennen. Von oben schießen die. Boah, der hat mich von hinten jetzt, Tommi. Pass auf. Boah. Boah, mich haben sie auch erwischt von hinten. Was? Von hinten? Ja, dann läuft er in einem Wald rum. Direkt wieder hin. Boah, sie kommen von überall. Boah, sie haben mich. Mist. Da unten ist alles voll. Seid vorsichtig. Oh, Mann. Wer wieder zu B? Die liegen auch vorne mittlerweile. Ja, die wollen sich auch A holen gerade. Wir haben gerade wieder keinen. Außer B noch. Dommi, warte. Dommi, warte. Oh Gott. Oh, der war schneller. Oh mein Gott. Geht weg hin. Geht nicht. Verpiss dich. Ich hole mir das neue Fahrrad hier. Ah, von hinten. Was ein Drecksack. Schnell zu A. mieser, kleiner, Nazi-Schwein. Ich fahr zu B. Kommuneisten-Radio. Ganz ruhig. Blo, kommst mit zu B? Jo. Wir müssen uns erstmal A wieder sichern, Leute. Ey, warte, Tommy. Ich bin genau hinter dir. Okay, ich bin jetzt wieder oben am Berg. Guck mal, einer sichert schon A. Ja, wir holen uns jetzt B. Wir müssen, ey, diesen wieder vorne plötzlich. Wie geht denn das? Ja, die hatten eine kurze Phase halt alle drei. Das war krass. Boah, da liegt noch einer. Bei B liegt einer in den Steinen links. Okay. Ihr müsst ihr erst holen, weil der holt euch uns von hinten, wenn ihr über die Wiese lauft. Ey, irgendjemand kann hier auch so Medipacks hinwerfen, ne? Okay, ab geht's. Lass uns ins große Haus eine Granate werfen einfach. Boah, die kommen im Haus gerade. Ich bin bei B drin. Achtung. 2 zu 7 steht's hier gerade für die mit Leuten. 2 zu 6. Alter, was ich denn gerade für einen Halbär verpasst habe? Das ist ja abnormal. 2 zu 3 nur noch. Sehr gut. Oh, einer ist tot. Ja, kommt alle runter. Boah, da hinten sind sie. Tot. Scheiße. Tot. Boah, B ist echt schwer zu nehmen, ey. Und C ist so weit weg. Boah, da kam er direkt von vorne. Das war doch ein Feind. Mist. Ach. Warum ist niemand runtergekommen? Oh Mann. So viel zu schwätzen, eben. Ja, 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 ich komme, ich komme. Mal los. A wird abgenommen. Fahr, fahr, fahr. Ne, ich hab'n Weckerballer. Ich bin oben auf A. Okay, hier kommen 5 Leute. Oh nein, wir verlieren. Wir kämpfen uns jetzt vor. Ja, wir müssen unbedingt B nehmen, endlich. Ja, machen wir jetzt, machen wir jetzt. Wir stürmen es gerade. Da hinten läuft der Tommy. Oh Mann, ich hat's erwischt. Das ist halt alles voll. Da kommen schon die Sirenen. Ja, wo kommen die denn her? Ach Mann. Wieder kein Gefährt hier. Komm nicht weg. Wo seid ihr alle? Bei B oder was? Bin bei B im Haus, ja. Da schanzen sich wahrscheinlich. Oh nein, die sind oben bei A. Komm bei A rein jetzt. Ach ne, dieser Assi, ey. Oh Mann. Wieso kriegen wir denn B nicht mehr zurück? Wir kriegen das jetzt, wir kriegen es jetzt. Wir sind alle da. Na gut, dann geh ich schon mal zu A. Die holen sich das nämlich auch gerade. Boah, ich bin oben bei A. Boah, ich komm hier nicht über die Drecksmauer, ey. Ist da oben noch einer? Ja, da oben im Haus ist noch Gott. Ja, mit einer Maschinenpistole. Ihr müsst eine Granate, ihr müsst mir alle von allen Seiten Granate anwerfen. Ich hab'n. Komm, einer zu A, komm, einer zu A. Ich komme, ich komme, Flo. Bin direkt hinter dir jetzt. Er hat mich. Er hat mich. Hab' ich einen? Ja, hab' ich. Ich weiß immer nicht, wie viele Treffer man wirklich braucht. Oh Mann, die haben sich A geholt. Hab' sie beide gekriegt. A hol' ich mir gerade wieder zurück. Achtung, ich komme jetzt rein, bei B kommt. Irgendwo ist hier noch einer. Fuck, jetzt hab' ich mir die Position verraten. Was ist hier los? Der Domi wurde gesprengt. Ja, voll krass. Einfach nur so Granate ins Haus eingeworfen. Da ist es gleich vorbei. Ey, wo ist der denn? Nein! Ah, Mist. Verdammt. Ah, Mann. Wieder mal alle Schlacht verloren, aber der Krieg ist noch nicht vorbei, würde ich sagen. Ja, wir lagen mal eine Zeit lang vorne immerhin. Aber das Spiel macht echt Bock, ey. Das Spiel macht echt Bock. Ja, macht echt Bock. Heute war es auch mal wieder eine andere Karte. Und ja, vielleicht nehmen wir nochmal eine Folge auf. Es war wieder ganz witzig und wir müssen auch noch einmal gewinnen eigentlich, finde ich. Ja, wäre auf jeden Fall angedrückt. Das finde ich auch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.